hi und willkommen im heutigen test zu der neuen rm netzteil serie von corsair wie bei der kürzlich aktualisierten rmx serie wird die bezeichnung beibehalten also es gibt keine revision 2.0 rm 2 oder ähnliches dass die unterscheidung erleichtern würde seid also etwas vorsichtig nicht dass ihr einen ladenhüter aus den jahren 2013 kauft den test zu der neuen rmx serie findet ihr auch in der beschreibung vielleicht kommt aber auch noch ein video dazu wir haben uns diesmal die alle drei watt klassen angesehen also das rm 650 rm 750 und das rm 850 ich habe mir aber für das video jetzt nur das rm 650 heraus gepickt die netzteile sind hier an sich identisch und damit auch das fazit nur die diagramme unterscheiden sich etwas falls euch da bestimmte punkte interessieren ich verlinke euch natürlich den test auch in der beschreibung die rm netzteile besitzen wie für corsair typisch eine 12 volt single ray die leitung kann 648 watt bereitstellen also beinahe die komplette leistung auf 3,3 und 5 volt haben wir kombiniert 130 watt das ist sogar relativ viel üblich sind heute er 130 watt leistung bei der kabel ausstattung haben wir flachbandkabel die einzige ausnahme ist der atx hauptschrank der ist standardmäßig gesleeved also so ein typisches rundkabel meiner meinung nach ist das auch deutlich besser die flachband atx kabel die wir bisher hier gesehen haben sind meist deutlich unhandlicher hervorzuheben ist dass das netzteil zwei apps stecker besitzt das ist eher erst üblich ab 750 wird wird aber heute bei manchen mainboards verlangt kommen wir zu den testergebnissen und beginnen mit dem wirkungsgrad bei 115 volt eingangsspannung fällt den meisten etwas auf und zwar der unglaubmäßige verlauf aber dazu komme ich erst später das netzteil füllt probleme aus 80 plus gold bei 115 volt und erreicht bei 30 prozent last sogar platinum für uns im europa sind aber die werte bei 230 volt eingangsspannung wichtiger und hier liegt das netzteil deutlich über den vorgaben für das 80 plus gold zertifikat bei 230 volt eingangsspannung bei 25 prozent und 100 prozent last reicht man sogar platinum wert erwähnenswert ist auch dass zwischen 20 und 90 prozent last ein wirkungsgrad über 91 prozent erreicht wird und zwischen 30 und 40 prozent last sogar beinahe 93 prozent schauen wir uns noch mal die ergebnisse bei geringen lasten an das rm erreicht hier sehr gute ergebnisse und zur information im unteren bereich sind hier die verlustleistung aufgetragen so aber zu dem kleinen sprung beim kurvenverlauf des wirkungsgrades und da muss sich jetzt ein bisschen ausholen die neuen corse rm netzteile erfüllen die anforderungen der kommenden atx spezifikation dieses update ist so neu dass wir es noch nicht mal vorliegen haben soweit wir aber bisher in erfahrung bringen konnten geht es dabei um schärfte anforderungen bei geringen lasten von ungefähr um zwei prozent cross her hat nun um diese zu erfüllen die aschsteuerung des pvm controllers geändert bei lasten unter zehn prozent wird vom resonanz modus in den burst modus umgeschaltet versteigt der wirkungsgrad dabei sichtbar wie man in dem diagramm zu den geringen lasten sieht besonders gut zu sehen beim 750 watt modell das ganze hat aber einen unschönen nebeneffekt während des tests fiel uns auf dass es zu elektronischen störgeräuschen kommen kann als wir die verschiedenen lasten in den test durchlaufen ließen war dies sogar am oszilloskop erkennen wir haben das zuerst einer chroma ermittelt aber es ließ sich problemlos auch an der kleinen teststation reproduzieren wie man in den video sieht verändert sich die restfälligkeit sichtbar das ist hier einer von mehreren punkten bei denen sich die frequenz ändert lauter oder leiser wird das geräusch ist aber so hochfrequent dass einige das nicht wahrnehmen können menschen mit sehr empfindlichen ohren können das aber wahrscheinlich heraus hören wir bleiben natürlich an dem thema für euch dran falls wir da neuigkeiten haben wird der artikel ergänzt und ich werde das hier unterhalb des videos auch anpinnen kommen wir zur spannungsregulation der rm netzteil bei den spannungen sind die ergebnisse für ein netzteil dieser preisklasse insgesamt gut wir haben hier auf allen leitungen ein spannungsabfall von unter 1 prozent einsicht die 12 volt 1 leitung liegt mit 1,02 prozent etwas darüber insgesamt bleibt das netzteil weit unter der 5 prozent grenze und damit auch innerhalb der spezifikation interessant ist dass der zuvor erwähnte wechsel des pvm modus auch auf den spannungsverlauf auswirkungen hat beim wechsel auf die crossroad lasten reagiert das rm unmöglich die ergebnisse sind beinahe identisch bei der restfälligkeit sehen wir maximal 26 millivolt das ist bei erlaubten 120 millivolt maximum ein durchaus gutes ergebnis einzig bei dem pvm modus wechsel steigt diese kurzfristig über 30 millivolt an die nebenspannungen bleiben unter 20 millivolt das ist weit unterhalb der 50 millivolt grenze für die nebenspannung die restfälligkeit ist insgesamt auch eher gleichmäßig kommen wir zu den schutzschaltungen wie man im video sieht schaltet das netzteil bei 840 watt ab wenn wir ins protokoll schauen bei genau 844 watt diese 30 prozentige überlastung ist beim rm 650 unproblematisch da die spannung nur geringfügig auf 12,05 volt abfüllt oder als spannungsabfall selbst noch weit innerhalb der fünf prozent grenze liegt bei der über stromsicherung also der absicherung gegenüber zu hohen strömen der ocp wiederholt sich das ergebnis auf der 12 volt leitung jedenfalls sehen wir mit 834 watt einen ähnlichen abschaltpunkt bei single well netzteilen sind ocp und opp auch beinahe wertungsgleich auf den beiden nebenspannungen gibt es nichts zu beanstanden die spannungen bleiben von der überlast unbeendruckt und die abschaltpunkte liegen hier bei 29 ampere auf der 5 volt leitung und 31 ampere auf der 3,3 volt auf keinen der leitung riecht die spannung mehr glich ein und das netzteil schaltet immer korrekt ab auf kurzschlüsse reagiert das em 650 zügig und schaltet immer korrekt ab kommen wir zu der lautstärke und den temperaturen bei der lüftersteuerung setzt korrekt schon länger auf einen semi passiv modus der lüfter beginnt sich erst ab 200 watt last zu drehen ab diesem punkt dreht der lüfter bis 520 watt mit ungefähr 760 umdrehungen pro minute darüber steigt die drehzahl minimal an und erreicht maximal 882 umdrehungen pro minute bei maximaler auslastung schauen wir uns die temperaturen an wie so oft sehen wir in den netzteil inneren erhöhte temperaturen am transformator beim 650 watt modell liegen diese bei 73 grad celsius das ist ein vollkommen unbedenklicher wert die sonstigen temperaturen sind eher unauffällig an den netzteil buchsen sehen wir sogar nur maximal 30 grad celsius das ist ein sehr guter wert wofür wir zu den abschließenden fazit kommen falls ihr eine fragen habt ihr den test noch mal nachschlagen wollte ich verlinke euch den ausführlichen artikel in der beschreibung dort findet ihr weitere diagramme und messungen auf die ich nicht im video eingehe wie zum beispiel die hold up time der einschaltstrom und weitere diagramme zu spannung und wirkungsgrad und in dem fall hier auch die werte für das rm 750 und das rm 850 kommen wir zum fazit das rm update ist durchaus gelungen wirkungsgrad und lautstärke wurden verbessert die spannungsregulation ist gut genau wie die schutzschaltung aber fassen wir noch mal alle ergebnisse zusammen wir haben eine gute effizienz bis 93 prozent bei 230 volt eingangsspannung eine hervorragende effizienz bei niedrigen lasten das netzer erfüllt die neuen atx spezifikationen für effizienz bei 2 prozent last wir haben eine gute spannungsregulation von unter 1 prozent wir haben einen leisen lüfter zweimal eps anschlüsse solide schutzschaltung und zehn jahre garantie negativ aufgefallen ist dass das netzer leicht hochfrequente elektronische geräusche bei niedrigen lasten erzeugt und starke wechsel in der restfälligkeit beim lastwechsel möglich sind damit werden wir am schluss angelangt falls ihr noch fragen zum test habt freue ich mich natürlich auf eure kommentare und verabschiedet nämlich an dieser stelle